Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal und oh mein Gott, liebe Freunde, es ist so unfassbar süß heute. Ich mache heute ein Faktenvideo über den Knuddelmuff und ich habe mir ganze zwölf Fakten rausgesucht und ich glaube, das Thumbnail könnte ein bisschen als Clickbait fungieren, allerdings nicht mit roten Kreisen oder roten Pfeilen, sondern mit einem süßen Knuddelmuff und ja, ich würde einfach mal sagen, los geht's, viel Spaß. Fakt Nummer 1. Der Knuddelmuff gehört zu den beliebtesten Haustieren von Zaubererkindern, vor allem in Großbritannien. Fakt Nummer 2. Das unfassbar weiche Fell des Knuddelmuffs ist in der Regel vanillefarben, es gibt jedoch auch Züchtungen mit pinken Fell. Fakt Nummer 3. Zu diesen Züchtungen gehört auch der uns bekannte Minimuff, den Ginny Weasley im sechsten Teil von Harry Potter als Haustier hält. Fakt Nummer 4. Vom Aussehen her gleicht der Knuddelmuff einem sehr weichen Wollknäuel. Ach herrje. Fakt Nummer 5. Fressen tut der Knuddelmuff mithilfe seiner langen, dünnen, rosafarbenen Zunge, mit welcher er bevorzugt Staub und anderen Müll verschlingt. Zu seiner Leibspeise gehören aber Popel. Man kann Knuddelmuffs also auch als kleine Putzteufel ansehen. Sehr praktisch. Durchaus. Fakt Nummer 6. Knuddelmuffs sind nicht nur deshalb so beliebt, weil sie unglaublich süß sind, sondern auch, weil sie extrem pflegeleicht sind. Knuddelmuffs lassen einen leisen Summton verlauten, wenn ihnen behaglich zumute ist. Fakt Nummer 7. Während seine menschlichen Besitzer schlafen, wandert der Knuddelmuff nachts durchs Haus und saugt seinen schlafenden Besitzern den Schnodder aus der Nase. Das ist irgendwie eklig, aber auch irgendwie total süß. Fakt Nummer 8. Man kann Knuddelmuffs sogar herumwerfen, jedoch überstehen sie keine allzu gewagten Würfe. Dies wird auch nochmal im Buch Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind aufgegriffen, wo Ron anmerkt, dass er als Kind einen Knuddelmuff besaß, bis Fred diesen eines Tages als Klatscher missbrauchte. Fakt Nummer 9. Knuddelmuffs kommen zwar auf der ganzen Welt vor, jedoch nisten sie bevorzugt an schmuddeligen Orten, wie zum Beispiel den Grimmeltplatz Nummer 12. Dort fand zum Beispiel Mrs. Weasley im fünften Teil von Harry Potter ein Nest voll mit toten Knuddelmuffs unterm Sofa. Fakt Nummer 10. Knuddelmuffs werden in die Gefahrenstufe XX einsortiert, was sie als harmlos abstempelt. Fakt Nummer 11. Die Haare des Knuddelmuffs werden auch in der Herstellung von Zaubertränken verwendet. Dort finden sie nämlich Gebrauch bei der Produktion des Lachtranks. Das kann man, denke ich, sehr gut nachvollziehen. Und zu guter Letzt, Fakt Nummer 12. Kaufen kann man den Knuddelmuff in der magischen Menagerie oder die Unterzüchtung Minimuff bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Ja, das war mein kurzes, aber hoffentlich informatives Video über den unglaublich süßen Knuddelmuff. Mich würde jetzt mal interessieren, würdet ihr euch einen Knuddelmuff holen, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet? Und wie würdet ihr den nennen? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, könnt ihr natürlich die beiden Videos auf der rechten Seite einmal abchecken. Das würde mich riesig freuen. Einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich auch nice, brauche ich euch aber, denke ich, nicht zu erzählen. Und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, haut rein und bis dann. Ciao, Leute!